ja wie man sieht ist die straßenlaterne komplett ausgefallen hat scheinbar keinen saft mehr deswegen sieht man auch nicht alles aber die blitzrate die ist mittlerweile viel höher wie noch vor anderthalb zwei stunden mittlerweile hat es auch richtig angefangen zu regnen und ja die natur freut sich jetzt aber wie gesagt ist schon ein bisschen unheimlich das donnert und knallt richtig gut der wind ist auch nicht ohne eben bei der aufnahme hat es mir fast zweimal das handy aus der hand gerissen weil ich da direkt an der balkontür stand und naja ist in jeden fall spannend